Die Sonne Die Sonne Was machst du? Ich bin ein verwünschter Prinz. Du sollst mich lassen? Okay, weil du ein verwünschter Prinz bist. Warum hast du keine Fische? Ich habe einen Puck gefangen und er hat gesagt, er sei ein verwünschter Prinz. Da habe ich in Wien schwimmen lassen. Hast du eine Wünsche gemacht? Nein, warum ich sollte? Weil wir ein kleines Haus haben. Ich möchte ein großes, nettes Haus mit einem Garten. Geh und mach einen Wunsch für mein Traumhaus. Okay, ich will gehen. Geh, 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 Geh. Ich will sie nicht. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, so ich wohl will. Oh, was will sie denn? Meine Frau wünscht sich ein nettes Haus. Geh nur hin, sie hat es schon. Komm und seh das schöne Haus, das du dir gewüscht hast. Es ist nett. Liebst du es? Ja, aber ich möchte ein Schloss. Wir haben ein gutes Haus. Warum möchtest du mehr? Es ist zu klein und arm. Geh und wünsch dir vor mein Schloss. Okay, ich gehe. Geh, 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 Geh. Ich hoffe es zusammen. Mange, Mange, Tempete, Buche, Buche, Inderse, meine Frau, die Isabel, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, sie will einem großen Sternenschloss wohnen. Genau, finden sie hat das schon? Komm und seh das schöne Schloss, das du dir gewünscht hast. Es ist sehr nett und groß. Liebst du es? Ja, aber es ist ein Haus für einen König. Ich soll König werden. Warum? Ich möchte König werden und ich wolle, weil du machst und wünschen für mich willst. Okay, ich will gehen. Mange, Mange, Tempete, Buche, Buche, Inderse, meine Frau, die Isabel, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, sie will ein König werden. Genug. Finden sie hat es schon? Wer bist du? Ich bin ein Soldat für den König. Du bist ein König? Ja, ich habe ein Königreich und Soldaten. Diesen ist der beste Soldat, der ich habe. Danke, Klami, du hast mich gemacht. Aber ich möchte mehr. Was kann ich werden? Du kannst ein Kaiser werden. Ja, das ist richtig. Jay, geh und wünsche für mich, dass ich Kaiser werde. Okay, ich will gehen. Ja, 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 okay. Tschüss, tschüss. Na, was will sie denn? Ach, meine Frau will Kaiser werden. Hin nur hin, sie ist das schon? Hallo. Nein, du musst alles begrüßen, der Kaiser, sage. Du bist ein Kaiser? Ja, ich bin der beste Kaiser. Richtig, Dyson? Ja. So, bist du froh? Nein, ich bin wichtig, aber nicht sehr wichtig. Geh und wünsche für mich, dass ich Papst werde. Nein, du bist ein Kaiser. Das ist alles. Mag ich es? Nein, ich will gehen. Na, was will sie denn? Ach, sie will Papst, Gerden? Ja, du bist schon. Alle begrüßen, Papst, der Papst ist der beste. Bist du froh? Du bist ein guter Papst. Nein, ich will mehr haben. Warum willst du mehr? Ja, was mehr? Ich weiß das nicht. Ich will die Rüder Nacht denken. Gute Nacht, Papst, des Mordens. Die Sonne, aha! Ich mache die Sonne aufgehen. Mann, aufwachen! Was? Ich will Gott werden. Oh nein, das ist nicht gut. Ich werde nicht den Wut fragen. Ich bin der Papst und du musst machen, was ich sage. Wünsche Gott zu sein. Ich will gehen. Na, was will sie denn? Sie will werden wie der liebe Gott. Genau, sie sitzt schon weiter in der Fischehütte. Ich werde nicht den Wut fragen. Ja, ich habe ein Königreich und Soldaten. Es ist der beste Soldaten, der ich habe.